Sie kommen immer und zu jeder Tag und Nachtzeit, was zu trinken, was zu essen. Sie können sich immer entspannt und wohlfühlen. Sie haben keine festen Tischzeiten zum Essen. Sie können zu den angegebenen Öffnungszeiten der Restaurants eben auch in dieses Restaurant gehen, sprich meistens zwischen 18 und 21 und 30. Sie können gehen, wie man sie möchten. Wir haben ein überdurchschnittliches Platzangebot bei uns hier an Bord. Das ist auch die ganze Fläche hier quasi an Bord gemessen. Das teilt man so durch die Personenanzahl, die hier an Bord sind. Es kommt in eine gewisse Zahl heraus und das ist eben meist höher als bei den Mitbewerbern. Mehr Service pro Gast, sprich wir haben knapp 2500 Gäste an Bord, 1000 Crew. Also haben wir einen Faktor von 2,5. Das ist eigentlich sehr hervorragend und auch sehr selten. In Deutsch als Vorsprache natürlich, was auch eben ein Wurfühfaktor ist. Preisgarantie, was sehr besonders ist bei meinem Schiff, gilt natürlich für alle Wurfühpreise. Sprich, wenn der Wurfühpreis sich senken sollte nach einer Preisanpassung bis zum Start der Reise, wird natürlich automatisch dieser Differenzbetrag den Kunden wieder gutgeschrieben. Sie können sich ihre Wunstabine sichern und Wurfühpreis. Und natürlich wie der Frühmann gut, desto besser ist natürlich auch der Frühbewerber. Und man kann sich da dann eben auch an die Preissicherheit gewähren. Wir sind auf dem rechten Schiff zu finden, quasi die Meinschiff 4. Da werden wir uns heute das mal angucken und sich damit befassen. Auf der linken Seite eben nochmal die Meinschiff 3, unser erster Neubau, den wir mittlerweile schon kurz...